Ich stehe hier vor der Schweizer Börse und die hat den Schweizer Market Index definiert. Ein Index, auf dem es auch ETFs gibt. Sie können also den ganzen Schweizer Markt dank dieser Firma hinter mir kaufen. Nun, denken Sie sicher, wenn der Index, den ich kaufen möchte, eine gute Rendite hat, ist das auch ein gutes Zeichen, diesen Index zu kaufen. Leider ist genau das Gegenteil der Fall. Immer wenn Sie einen Index ETF sehen, der eine gute Rendite hat, bedeutet das, die Aktien sind gestiegen. Und das bedeutet auch, dass die Aktien in diesem Index eher teurer sind. Und weil in der Börse alles auf und runter geht, also in Zyklen, heisst das auch, Sie kaufen gerade zum falschen Zeitpunkt. Gute Renditen bei Indexfonds sind also ein sehr schlechtes Signal zum Kaufen. Ich wünsche Ihnen viel Glück beim selber investieren. Ich wünsche Ihnen viel Glück beim selber investieren.